Es sind die vier inneren am Tank und zwar 1, 2, 3, 4 und es sind die vier äußeren, die hier zum Vorschein kommen. Die sind hier unten und drunter versteckt. Das gleiche geht auf der Seite, das ist auch hier das versteckte. Dann die Häuser auseinander spreizen und dann kann man es abnehmen. Dann die Häuser ein.